Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Brand News mit Anna-Maria Damm Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist jetzt mittlerweile ausverkauft, weil Brand News so eine mega krasse Black Friday Aktion hatte, wo die halt mega krass alles rausgehauen haben. Und ja, der hat 44,90 Euro regulär gekostet. In der Black Friday-Geschichte waren das nur noch 26,90 Euro. Und wir sollen hier sowohl Food- als auch Beauty-Produkte drin enthalten haben, im Gesamtwert von 80 Euro. Es soll Alkohol drin enthalten sein, keine Proben. Ja, also das ist alles schon mal so weit so transparent, finde ich. Also definitiv besser, als das jetzt so bei den Influencer-Adventskalendern bei Foodist geschildert worden ist. So schaut der aus. Ich finde den extrem schön und bin jetzt einfach mal sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Wir fangen an mit Schoko-Smoothies, Himbeere und Cranberry in Vollmilchschokolade von Niceria, glaube ich. Und das sind einmal 50 Gramm. Ich weiß nicht, sicher, dass es keine Probe ist. Das finde ich interessant, okay. Ich persönlich bin kein Fan von Schokolade mit Obst oder mit Früchten. Aber das ist nicht schlimm, denn an und für sich ist es ein schöner Start in die Adventszeit. Wow. Die Nummer 2 war einfach riesig. Und da haben wir ein Beauty-Produkt drin enthalten von Bilou. Creamy Duff. Das ist natürlich cool. Ein Duschschaum in einer Originalgröße mit 200 Millilitern. Das ist halt wirklich, ja, Keks-Teit. Und das finde ich gut. Oh Gott, ja. Ich bin eigentlich kein Fan davon, nach Essen zu riechen, aber ich finde die Bilou-Produkte einfach gut, ne? Und ich glaube, in der Adventszeit macht sich das auf jeden Fall ganz gut unter der Dusche. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir was von Dr. Pepper mit drin. Ich glaube, das wird mein Freund cool finden. Vanilla Float, 0,33 Liter. Also das hat doch was von Vanilla Coke, ne? Und, äh, ja, äh, 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 ja. Dr. Pepper ist doch auch irgendwie so eine ganz spezielle Art von Cola, von einem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk. Und, äh, ja. Kann man mögen. Ist sehr speziell. Das habe ich jetzt schon. Also bislang alle 3 Produkte sind wirklich sehr speziell, aber irgendwie auch cool. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Okay, das ist ein Produkt für mich von Fly No Milk Today Extra Cremig Barista. Ja, das ist, äh, nicht, kein Soja, kein Nuss, kein Laktose, 500 Milliliter. Ein Erbsen-Protein-Drink. Da muss ich gucken, ob ich das mag. Ich habe bislang ja auch schon diverse Milch-Alternativprodukte mal ausprobiert. Ähm, und das macht man sich dann wohl in den Kaffee rein. Kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Also, ja, passiert, äh, passiert. Funktioniert bestimmt ganz gut. Oha, die Nummer 5 ist, ähm, ja, es ist keine Probe. Es ist eine Reisegröße von Gattobi Schutzengel. 220 Grad Hitzeschutzspray für heiße Styles, Glossfinish, Schützen, Glänzen, Pflegen. Das sind 75 Milliliter. Ich habe damals auch, wenn ich ihn Hitzeschutz verwendet habe, immer den Schutzengel von Gattobi verwendet. Das ist echt so ein, kennt man einfach, Produkt, oder? Ja, finde ich gut. Okay, also zu Nikolaus habe ich hier auf jeden Fall ganz viele Kärtchen drin, die wahrscheinlich jetzt vorher drin gewesen wären. Hier stehen auch die Preise mit bei. Ja, super. Okay, da habe ich aber jetzt mehr als das, was ich jetzt hier vor mir liegen habe. Das heißt, das ist jetzt gerade so ein bisschen Memory-mäßig, dass ich jetzt die Karten mal verteile. Mir fehlen auch noch ein paar, aber gut, ja. Hier habe ich Kylie's Kappa Bubble Tea. Da meine ich, dass letztens eine Followerin mir auf Instagram, da heiße ich übrigens ClaudiesWeltUnterstrich, geschrieben hat, Mensch Claudie, guck mal, das ist doch mega cool. Und da wollte ich eigentlich auch bestellen, weil ich habe noch nie in meinem Leben Bubble Tea getrunken. Jetzt haben wir hier aber in dem Adventskalender was davon drin und das wird ausprobiert. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich doch drüber. Das ist ein Produkt, was ich feiere. Ja, tolles Weiner. Hier, wie heißt das? Nikolaus-Kläppchen. In der Nummer 7 haben wir von Milka Schoko Thins drin. Das finde ich cool, knusprig und extra fein. Also sowas mag mein Freund, sowas mag ich. Also wenn ich das bei uns unten auf dem Wohnzimmertisch stelle, wird das Ruki-Zug aufgegessen werden. Also das ist ziemlich cool. Also, ne, mag ich gerne. Das ist ein tolles, tolles Kläppchen. Oha. Irgendwo ist bestimmt ein leeres Kläppchen. Dann in der Nummer 8 habe ich hier schon mal so ein loses Produkt. Das lege ich mal zur Seite. Die Nummer 8 darf nämlich machen, dass es kracht. Und hier habe ich was ganz Aufregendes drin. Farnes Auersnack. Ja, Aua vor allem. Ananas ganze Ringe aus 2 Kilo frischer Ananas. Das finde ich total cool. 120 Gramm. Ich mag sowas. Also so Trockenobst, Trockenfrüchte, ne. Entweder so zum Snacken. Das fühlt sich aber auch sehr... Ne, das fühlt sich nicht so hart an. Also zum Snacken oder halt in Joghurt reinmachen oder so, ne. Finde ich mega cool. Doch, das ist ein schönes Kläppchen. Mensch. Also bislang bin ich wirklich super zufrieden. So zufrieden war ich noch mit keinem Influencer-Food-Beauty-Tüdelü-Mischmasch-Adventskalender dieses Jahr. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Carpe Diem Kombucha Classic Schorle freuen. Das sind 0,5 Liter. Ja, auch mal was zu trinken dabei, ne. Finde ich auch super. Ich meine, dass wir das auch mal irgendwo in der Foodbox drin hatten. Ich meine, dass es auch ein bisschen muffig geschmeckt hat. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich werde es trotzdem ausprobieren. Ein karbonisiertes Teegetränk. Fermentiert, wärmebehandelt, kalorienarm. Genau. Das kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Aufguss aus Kräutertee. Genau. Genau, genau, genau. Ne. Wird aber trotzdem hier und hier oben dann wahrscheinlich auch getrunken. Auch in der Nummer 10 wird es wieder so ein bisschen spezieller weitergehen. Denn so ein Handpeeling ist jetzt nichts, was man so jeden Tag irgendwie macht, ne. Ist von Balea mit Wildrosenöl und Aprikosenkernpeelingkörnern für ein seitig zartes Hautgefühl. Ich persönlich verwende 15 Milliliter, ne. Ich verwende immer Handpeelings, wenn ich mir die Fingernägel neu lackiere. Einfach damit meine Nagelhaut auch irgendwie so ein bisschen vorbereitet ist. Und auch die Oberfläche ist dann irgendwie schöner und so, ne. Also, ich verwende sowas. Ich finde es auch cool. Ich glaube, dass es jetzt nicht so ein Produkt ist, wo jeder Hurray schreit. Aber trotzdem irgendwie passt das, finde ich. In den Adventskalender rein. Oi. Die Nummer 11, die Essenschnappszahl, enthält ein Produkt, was ich richtig cool finde. Ferrero Rocherzart, bitter 55% Haselnuss. Ja, das hat eher was von Ron Noir, würde ich mal so sagen, ne. Also, das ist dann ein bisschen dunkler. Das heißt, eher was für meinen Freund als für mich. Aber trotzdem richtig cool. Normalerweise kostet sowas 1,89. Achso, und die haben ja auch Produkte drin, die halt super neu sind. Und da gehört das natürlich auch zu. Ist aus 2021. Ja, finde ich cool. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Und da haben wir so Kärtchen drin enthalten. Die kannst du dann individuell beschreiben, ne. Hast du dann Weihnachtskarten mit dabei. Joa. Also, das ist jetzt für mich kein Foodartikel. Und es ist auch kein Beautyartikel. Aber es ist ein weihnachtlicher Artikel. Es ist besser als ein Keksausstecher, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, ja, finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir das mit drin haben. Ähm, joa, aber lieber ein Foodprodukt oder ein Beautyprodukt. Aber tatsächlich lieber das als ein Keksausstecher. Muss man selber entscheiden, was man dann besser findet. Ja, 2,50 Euro sollen die wohl an Wert haben. Okay. Oi, die Nummer 13. Das sieht richtig toll aus. Belmanda Edelmarzipan. Aber da hast du Salted Caramel mit drin. Und da mit Schoko überzogen. Das ist cool. Sowas mag ich, ne. So ein schöner Riegel. Was heißt Riegel? Das ist ja im Prinzip mehr als nur ein Riegel. Das ist ja schon eine Süßigkeit. Aber ich finde das toll und hab Bock drauf. Und ich mag auch wohl Marzipan. Ich bin jetzt nicht so der ultimative Marzipan-Esser. Also ich würde mir jetzt nicht bewusst im Laden so eine komplette Tafel Marzipan-Gelöntzen holen. Aber wenn das so hier mit drin ist, mag ich das sehr, sehr gerne. In der Nummer 14 haben wir was Großes drin von Manna. Das sind diese eher Neapolitaner-Schnitten. Limette Knusperino 110 Gramm. Also wir fahren auf diese Manna-Schnitten ehrlich gesagt nicht ganz so ultimativ ab. Aber das ist nicht schlimm. Also die schmecken wohl okay, ne. Ich finde jetzt auch dieses Limette passt für mich persönlich eher so in Richtung Sommer und nicht so Richtung Weihnachten. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ja. Ist jetzt nicht so mein ultimatives Wow-Produkt. So, die Nummer 15 ist jetzt leer. Da wird dann wohl dieses Notizheft drin enthalten gewesen sein. Das ist ja so ein Blanko-Heftchen. Da kannst du einfach was reinschreiben. Hast ja auch eine Bucketlist, also eine Löffelliste oder eine To-Do-Liste vielmehr. Ja, also ich arbeite immer mal wieder mit so Heftchen oder so. Wobei mir das jetzt ein bisschen zu klein wäre, um ehrlich zu sein. Aber na. Gut. Haben wir auch noch Schreibwaren hier mit drin. Also da hatten wir jetzt ja schon die Postkarten und jetzt auch noch relativ schnell aufeinander folgend dann dieses Notizheft. Also es war jetzt eher beschrieben als Food- und Beauty-Adventskalender. Aber gut. Wir schauen mal weiter. Okay. Die Nummer 16 wollte hier schon irgendwie rausfallen. Und zwar von Shea Schoko-Vanile. Lecker. Haben wir hier einfach so ein Riegel mit drin. Sowas mag ich für den kleinen Hunger zwischendurch immer ganz gerne. Nüsse sind ja auch in dem Sinne sehr energiegebend und auch sehr gesund. Mag ich gerne. Okay, dieses Niceria begleitet uns wohl ein bisschen häufiger in diesem Adventskalender. Hier haben wir Schoko-Seeds, geröstete Kürbiskerne, umhüllt von Zartbitterschokolade. Oh, sowas mag ich gerne. Das schmeckt ganz gut. 40 Gramm sind hier dran enthalten. Also ich kenne jetzt Niceria ehrlich gesagt so von der Marke her nicht so wirklich. Ich habe das auch noch nie so bei uns im Supermarkt gesehen. Das ist jetzt schon das zweite Produkt von der Marke. Ja, interessant. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Cool. Oh ja, Leute. Die Nummer 18 enthält etwas. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, was ich so gerne mag. Das habe ich auch schon mal in Boxen drin. Ich glaube, in der Degusterbox war das mal drin. Wer das Original Karamellpopcorn? Das gönne ich mir heute Abend. No! Das ist so ungesund und so lecker. 140 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, es gibt tatsächlich auch noch dieses Karamellpopcorn mit Brezeln. Auch das ist super lecker. Das ist jetzt aber einfach das klassische Karamellpopcorn. Richtig, richtig lecker. Sowas. Sowas. Ja, das mag ich gerne. Und das erwarte ich auch irgendwie in solchen Food-Adventskalender. In der Nummer 19 haben wir Eye Pads. Also quasi wieder ein Beauty-Produkt. Das finde ich toll. Ich verwende gerne Augenpads oder Pads. Das sind von Juti die Beauty Boost Ceramid Hyaluron und Zauberstrauch Augenpads. Ich verwende super gerne Morgensaugenpads, weil ja aktuell sind die Nächte halt bei mir sehr kurz. Dementsprechend, ne, kann ich mir das sehr gut gönnen. Schon wieder diese Marke Niceria Crunchies Erdnüsse in Vollmilchschokolade mit gesalzenem Karamell. Ja, das ist meins. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Das sieht sehr, sehr gut aus. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich bin halt ein Fan von Nüssen. Es ist einfach so. Und jetzt so in der Adventszeit ist es natürlich auch nochmal umso präsenter mit den ganzen Nüssen. Die Nummer 21 enthält Organics by Red Bull Black Orange Tengi and Natural. Das ist ein, ja, äh, 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 was ist das? Ein Bio-Erfrischungsgetränk mit natürlichen Aromen aus Pflanzenextrakten kohlensäurehaltig. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht. Ist es dann so ähnlich wie eine Fanta? Weil es gibt ja auch dieses Bio, äh, dieses Red Bull Organics, ähm, was dann quasi so ein bisschen Richtung, ähm, Cola gehen soll. Keine Ahnung. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Scheint auch kein Alkohol drin enthalten zu sein. Dementsprechend kann ich das ja auch trinken. Ne? Schön. Das war die 21. Und jetzt kommen wir zu 22. Und das, äh, also imponiert mir gerade, dass es heile geblieben ist, weil da war kein Füllmaterial drin. Und ansonsten ist ja wirklich gefühlt alles da drin durch die Gegend geflogen. Von Sante Naturkosmetics habe ich hier nämlich, äh, Mineral Blush mit, äh, organisch, organischem Acai-Öl drin enthalten. In der Farbe 01 Mellow Peach. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ähm, da ist auch noch so ein Flyer mit drin gewesen, der in einem anderen Kläppchen drin war. Ähm, der sagt, man hätte auch noch eine andere Farbe haben können. So ein, ähm, ja, sechsgeteilten Blush, den ich glaube ich sogar schon habe. Deswegen freue ich mich darüber. Finde ich gut. Und, ja, den kann ich dann auch mal ausprobieren, ne? Und, klasse. So, jetzt sind wir hier schon am Tag vor Heiligabend bei der Nummer 23 angelangt. Und das ist ein ganz tolles Produkt. Und zwar Lou Kreateur de Biscuit. Ähm, ja, richtig lecker. Knuspriger Zimtkeks. Äh, die kennt man ja halt so, wenn man, ne, zum Kaffee dazu oder zum was auch immer. Richtig, richtig toll. 200 Gramm. Also das ist auch eine Originalgröße. Das finde ich schön. Kann man gut gebrauchen. Und die Weihnachtszeit ist ja auch, oder die Adventszeit ist ja auch die Zeit, wo man dann ja auch immer wieder mehr so Besuch und so ein Kram bekommt. Das ist bei uns jetzt ein bisschen weniger, weil gerade etwas andere Situationen. Aber finde ich sehr schön. Ja, und jetzt gucke ich mal, was in der Nummer 24 drin ist. Also bislang hatten wir hier auch noch nicht irgendwie Alkohol oder sowas mit dabei, was ja auch quasi auf der Homepage angekündigt war. Was ich ehrlich gesagt gut finde. Also jedenfalls glaube ich, dass hier nirgendwo Alkohol drin ist. Jetzt gucken wir mal in der Nummer 24. Okay, die habe ich letztens erst leer gemacht. Die finde ich klasse. Das ist ein Beauty-Produkt von Vela Fusion, Vela Professionals Fusion. Die Maske, Intense Repair Mask, 150ml. Die ist super. Die hat so ein richtiges Frischbom-Frisseur-Duftgedönsen und Gefühl tatsächlich auch hinterlassen. Finde ich schön. Ja, also, ne, ich rieche da jetzt gerade nichts raus, aber ich weiß ja, wie sie riecht, weil ich sie gerade erst leer gemacht habe. Richtig, richtig gutes 24. Produkt und somit haben wir dann auch hier, was? Wow, 30,50 Euro kosten 150ml. Das ist krass. Okay, also dann habe ich hier nämlich mein Quartett einmal auch voll gemacht. Da musste ich mir so ein bisschen die Sachen zusammensuchen. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit des Adventskalenders. Ich finde den richtig, richtig, richtig gut. Man muss halt Bock haben, zum einen so ein paar neue Essensprodukte, also Food-Produkte auszuprobieren, aber auch Beauty-Produkte. Also vielleicht für eine Familie mit Teenager, Mädchen oder so könnte das ein guter Adventskalender sein. Also schon oder halt für eine Person, die halt sowohl gerne mal nascht, als auch sich schminkt und sich pflegt. Also ich versuche ja immer so ein bisschen auch die Zielgruppe herauszufinden von solchen Adventskalendern. Ich würde mich jetzt zum Beispiel als Zielgruppe von diesem Adventskalender sehen. Also ja, weil ich das einfach cool finde. Nicht jedes Produkt mag ich, nicht jedes Produkt gefällt mir. Das heißt, da ist es vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt, solcher Adventskalender auch mit mehreren zusammen zu öffnen. Vielleicht irgendwo in einer Firma oder so kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz witzig wäre. Aber gut, den kannst du jetzt eh nicht mehr kaufen, Claudinchen. Ja, aber trotzdem. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder so einen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Brand News X Anna Maria Damm Adventskalender, den ich wirklich toll fand. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verleg dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!